Geht mir das weg! Wo ist die Pfanne? Die liegt oben! Warum liegt die hier oben? Weil die mich genervt hab! Nein, mein Fleisch! Oh, holy shit! Mein Fleisch ist trotzdem tot. Da hab ich einen Pilz in der Hand gehabt! Du musst einen Schamping haben! Ja, wo? Der reißt das fertig, ne? Komm, Penisbraten jetzt hier! Oh, fuck you! Och, Mann, Alter! Oh, Teller! Oh Gott! Okay, ein Teller ist tot! Ein Teller ist mit mir in den Untergang! Oh! Spielen für Arme! Oh! Ah, das ging! Zwei Sterben ist in Ordnung! Oh, sorry! Ich muss das Level nie wieder sehen! Ich hab den neuen Chef eingeschaltet! Äh! Okay! Und wie komm ich hier weg? Lol! Willst du mich verarschen? So müssen wir hier rüber? So musst du da rüber! Okay, hier hast du das! Und... Warum müssen wir jetzt auch Burger machen? Und Sushi und... What? Ich hab keine Ahnung, weil die Welt fett ist! Hä, warte mal mal! Ja, ich komm da ja leider nicht dran! Das muss doch auf den Teller da drauf, den du jetzt hast! Gib doch her! Ah, nein! Das wollte ich gar nicht! Ich hab da... Ich hab da... Warte mal! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Ah, hier ist alles voll! Alles vorgepackt! Ich wahrscheinlich! Hier, da unten ist ein Burger! Ich hab keinen Scheiß da... Ich hab keinen Scheiß da... Äh... 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 Oah... Alter, als ob! Halt die Fresse! Wie soll mir das denn besser machen? Äh... 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 Lieb ich... Äh... Was? Oh, wo ist mein Computer? Was? Was? Kabel! Holy shit! Okay, das Gute ist, wir müssen nur Burger machen! Ich bin eingesperrt! Okay! Cool! Überlebt! Ja, Mann, ich... Als ob! Das ist ein Feuerlöscher! Okay! Ich muss abgeben, das... Das kackt da voll! Oh mein Gott! Nice! Ich komm nicht zum Feuerlöscher! Ehh... Ehh... Ich auch nicht! Ja, lol! Ich war so alles voll leichelig! Ich hab nicht einmal gestresst! Oh nein! Lass uns uns erstmal in den Tod verwunden! Ehh... Ehh... Wo sind denn die Schneide-Dinge auf da? Wo ist denn eben? Ehh... 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 Oh... Holy shit! Das... Das muss da oben was! Ehh... 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 Nein... Bareing! Ehh... 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 Alter WTF... Komm, fick dich, ey. Das ist doch scheiße. Oh, ich dachte, ich komme an die Pilze. Oh, voll gegeben. Oh, warte, warte. Wir müssen zu den Schneide-Dingern. Alter, das ist doch scheiße. Warte. Ah, ja, dann weint. Ja, hier, pack, ist doch egal. YOLO. Müssen wir das nicht erschneiden? Ja, titten. Ich dachte, wo sind die? Boah, ist das scheiße. Was ist das denn für eine Kacke? Meckis? Ja, also, da ist das so ähnlich auf jeden Fall. Wir können einfach direkt neu starten. Wir schneiden Brettern und packen uns da. Und schneiden Sachen, die wir nicht brauchen. Was ist das? Nein, der Pilz! Die Suppe, Alter, was für eine Suppe war der Hals? Ah, nimm das doch! Nimm das doch! Scheiße! Wo ist der Pilz hin? Ja, aber wie wer hat denn den Pilz? Da oben! Warum ist der da oben? Weiß ich nicht mehr! Da haben wir eines zu verkaufen. Es tut uns weh, ich blicke immer auf mich durch. Warte, warte, warte. Am Spiel bist du? Oh, sorry! Im Leben brauchen wir jetzt Ortsschluss. Ich kann nicht mehr. Kann man den nicht einfangen? Der respawn doch. Oder auch nicht, doch da. Geil. Wie soll man hier irgendwas machen? Was für 480 Monate? Oh, mein Gott. Hat das Spaß gemacht? Hat das Spaß gemacht? Was für 480 Monate? What the fuck? Kann ich einfach sterben? Was ist denn das für riesen Eier? Alter! Wo müssen die überhaupt hin? In den Mixer da. Ach, die kommt einfach mit rein. Ja. Da ist Schokolade. Und Schokolade kommt auch mit rein? Ne. Müssen wir die Schokolade... Müssen wir das... Braten oder so. Ne, müssen wir schneiden. Ja. Seid mal nicht albern. Pack den... Ja. Okay, pack den da hin. Alter, ich hasse diese Kollision, die man hier hat, ey. Ich will nach Hause. Okay, ein Pancake ist fertig. Ah. Oh, was ist das für eine Scheiße. Moin. Alter. Wo bin ich? Okay. Was für Brauchteller? Ich hatte doch einen. Mein Gott, wie viele Teller brauchst du denn? Pack die Pfanne weg! Ich habe keinen durchgelegt. Boah, ich raste aus, ne? Nein! Ich habe keinen durchgelegt. Das ist nur der Pancake. Der ist nur der Pancake. Der ist nur der weg. Ah! Wo ist die Pfanne? Die... Die liegt oben. Warum liegt sie hier oben? Weil die mich genervt habe. Mann! Okay, das ist nicht das. Okay, die Teller hat's aber geschafft. Okay, erste Bestellung geht raus. Immerhin ging das jetzt die ganze Zeit nicht von unserer Zeit ab, weil wir keine Bestellung haben. Warum sind da jetzt zwei Mehl drin? Warum sind die Teller? Fuck you! Aber da oben, ich muss spielen. Wo ist denn die Pfanne schon wieder? Da oben! Mein Gott, wo wachst du denn die Pfanne, Alter? Die ging mir auf meine Nerven. Das ist kaputt! Oh Gott, das war wild! Was meinst du hier? Das ist doch voll einfach! Hm? Ja. Chillig! Ähm... Ja, guck mal! Boah, wie leicht, ey! Aber was zum Fick seh ich hier, Alter? Was? 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 Was?